Also wir bereiten uns seit mehreren Jahren intensiv darauf vor. Allerdings ist das ja nicht ganz eine einfache Angelegenheit, denn Sie müssen da investieren und zwar nicht so knapp. Von der Aufnahme bis zur Bearbeitung, das heißt Farbkorrektur, Schnitt, Bearbeitung und so weiter, bis hin zur Sendung. Das muss natürlich auch entsprechend vorbereitet werden. Das haben wir zum großen Teil bereits getan. Also wir sind in der Lage, nicht nur Programm in HD-Qualität zu produzieren, im Archiv auch zu speichern, sondern auch zukünftig zu senden. Zunächst mal nur innerhalb des Programmpaketes der ARD, künftig vielleicht in mehreren Jahren, möglicherweise auch für das bayerische Fernsehen.